Bleiben wir jetzt aber in Frankfurt, wo gegenwärtig auch die traditionelle Buchmesse stattfindet, die heuer deutlich gegen weitrechte Positionen Stellung bezieht. Wie etwa das ehemalige AfD-Parteimitglied Franziska Schreiber. Sie ist mit ihrem Buch Inside AfD in aller Munde. Wir sind mehr. Tausende gingen heute auch in Frankfurt gegen rechts auf die Straße. Jemand, der die rechtspopulistische Szene gut kennt, ist Ex-AfD-Parteimitglied Franziska Schreiber. Das ist ja ein weltweites Phänomen, was wir beobachten. Das ist ja in fast allen westlichen Ländern, dass wir solche Tendenzen haben. Und ich wollte einfach mal aus der Innenperspektive zeigen, wie sich das innerhalb einer Partei so entwickelt. Inside AfD bietet einen erhellenden Einblick in das triebwerk rechten Denkens. Dem er starken rechter Kräfte versucht sie darin selbstkritisch auf die Spur zu kommen. Man kann innerhalb der Partei überhaupt nicht mehr diskutieren. Andere Meinungen werden überhaupt nicht mehr zugelassen. Der Umgang untereinander ist grauenhaft und der Umgang auch mit dem politischen Gegner ist absolut unfair. Fest steht, eine große Mehrheit der Buchbranche hat sich in den letzten Tagen in Frankfurt entschieden gegen Hetze und rechten Populismus positioniert.